herzlich willkommen zu einer weiteren folge skin gameplays mit mir immer gleich hier haben wir den toxic tag oder sogar toxischen sprayer zweimal gleich hier im spiel sieht strange aus das teil ja würde ich sagen lassen wir es doch einfach mal laufen so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollte eine news gerne in einem schotten grad sofort gleich ttv darauf annehmen drücken und unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video nein nein machen die zwei denn da und dann ist er auch schon wieder tot natürlich auch blöd wenn man gleich schon wieder auf einen schießt na machen wir sie gleich im doppelpack hier machen wir sie gleich im doppelpack hier und so wieder das gleiche mit zwei stück das hat nicht wirklich funktioniert die idee ist ja ganz cool aber es hat nicht geklappt so jetzt hat er hier kommen schmeißen noch mal drauf schmeißen noch mal drauf schmeißen noch mal drauf schmeißen noch mal drängen schmeißen noch mal drängen drauf kommen und die man ist tatsächlich wieder toxik tagger jetzt bin ich gespannt schafft das schafft das diesmal es ist einfach nicht zu glauben es ist nicht zu glauben was ist denn das für ein gameplay diesmal acher oh mein gott das ist so witzig und kommt er macht wieder er macht wieder Ist das witzig? Okay, Saltic machen kann er scheinbar nicht so wirklich gut. Und damit ist er schon wieder tot. Gut fühlt es. Und da sind sie schon wieder zu zweit. Ah, ich bin auch noch umgesprungen. Geht's. 3 4 Ja, bestehende Fausen genommen Ja und da renne ich auf in den nächsten Kampf. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut jetzt nichts mehr an, wenn es wieder heißt, Fortnite-Skin-Gameplays mit mir immer gleich auf Heimachdruck, bis dann und tschüss.